So, jetzt erstmal gucken, was hat denn die Anja da in der Hand? 19 Tage Mr. T, ein sehr nettes Lächeln, ein sehr zufriedenes Lächeln, ich weiß warum. Und zwar ganz klar, hier zu sehen, das ist der Verlauf von der Anja, die sich natürlich genau an unsere Vorgaben gehalten hat. Jawohl. 7 Tage in der Woche, Feuer frei, kein Spaß, 19 Tage mit Mr. T und man sieht ja, was dabei herauskommt. Ja, ich würde sagen, die Ergebnisse sprechen für sich. Perfekt, in 8 Tagen gibt es die neue Info. Genau, bis zum nächsten Mal, tschüss.